Ahoy, mein Name ist Alena und ich leite seit acht Jahren tschechischer Club Zürich und ich habe mich überlegt, was kann so ein durchschnittlicher Schweizer über Tschechien? Ein gutes Bier, Kristallglas. Und was noch? Vielleicht war ihr in Prag? Mal der Hauptstadt Prag. Und vielleicht Namen wie Jaromir Jagera, Petr Tschech, Antonin Dvorak oder Karel Gott. Kann sein. Was ihr aber nicht viel... Oh, der Kater. Hi, kann ich, bitte. Was ihr aber nicht kennt, ist unser Festival, oder doch? Wir machen schon seit vier Jahren Ahoy Festival. Wir haben schon wirklich viel Arbeit gemacht, schaut mal. Die Flyers, Musiker, Spielgruppe, Ausstellung in Galerie Krause, andere Musiker, Literaturabende und wir haben bisschen gerechnet. Insgesamt waren hier in unserem Festival schon 21 Künstler und im Publikum 452 Leute gekommen. Und zwar, dieses Jahr wird der Ahoy Festival viertägig, 1. bis 4. September und wir freuen uns sehr, euch in Theaterkeller 62 oder in Galerie Krause oder in Sfers oder in Pestalozi Bibliothek Schütze oder in GZ Driesbach begrüssen. Und was noch? Was soll ich sagen? Ende? Nein. Noch nicht. Nein, was ist das Wichtigste? Mein Gott. Kaffee muss ich. Oh, Konzentration. Wir starten jetzt gerade mit euch hier in diesem Zeitpunkt. Crowdfunding-Kampagne. Und zwar, es gibt super schöne Belohnungen. Unterschreibende Bücher von Schriftstellerinnen Alena Mornsteinova und Renata Futschikova. Es gibt Kunstworkshop. Es gibt Bleistift. Es gibt auch große Originalzeichnungen von Jan Tichy. Und natürlich gibt es Festivalpässe. Du kannst dort ein viertägiges Festivalpässe kaufen oder für die ganze Familie. Also ich hoffe, wir sehen uns dort alle und ich freue mich auf euch. Ciao. Ende. Ende. Jetzt.